Was sind Sie denn für ein Gärtner? Ein guter. Ja, das werden wir gleich haben. Jetzt nochmal eine andere Frage, eine fachliche Frage. Kommt Post. Post. Kommt zweimal die Woche. Ich rede doch von einem Haufen. Ja, manchmal kommt auch ein Haufen. Das ist verschieden. Manchmal kommt auch weniger. Jeder macht doch in seinem Garten einen Haufen. Ach, ich nicht. Jeder gute Gärtner macht irgendwo in die Ecke seines Gartens einen Haufen. Das war prall. Ich weiß ja nicht, was Sie da für Leute kennen. Das tut mir auch leid für die anderen Gärtner. Mein Garten. Bleibt sauf. Auch ein Mensch, es stimmt nochmal.